Du, ich, dieses Video, das ist die richtige Entscheidung gewesen, aber wenn du es geguckt hast, dann schau doch mal bei Meinungsmacher vorbei, da gibt es jeden Tag neue Informationen aus den Nachrichten und aller Welt mit politischen Themen oder vielleicht beim zweitklassigen Reaktionskanal, denn wir haben so viele Reaktionen, dass die halt nicht auf den Hauptkanal passen. Also guck da gerne vorbei und jetzt weiter mit dem Video. Cut! Steuerung F. Also wir machen das jetzt ein bisschen anders. Ich werde jetzt etwas tun, was ich tunlichst vermeide normalerweise. Und zwar ist es so, dass ich keinerlei YouTube-Kommentare jemals lese, weil YouTube-Kommentare meistens auch wirklich nur von Leuten geschrieben werden, die wilde Kerle im Marathon von eins bis zum sechsten Teil durchgeguckt haben. Allerdings ist folgendes relevant. Gestern beziehungsweise heute, irgendwann in letzter Zeit, ist ein Video hochgeladen worden, wo das Statement von Steuerung F veröffentlicht wurde. Ihr könnt das gerne angucken auf meinem YouTube-Kanal, ist das vorgelesen und meine Einschätzung dazu. Die Reaktionen oder die Konsequenzen von Steuerung F sind tatsächlich keine. Es gibt neben ein paar Qualitätssicherungen keinerlei Konsequenzen für die verheerende Arbeit, die Steuerung F da abgegeben hat. Es gibt keine Konsequenzen. Niemand wurde entlassen. Niemand muss sich vor irgendwas rechtfertigen. Es ist alles nur, ja, wir machen die Videos zukünftig besser. Mehr oder weniger. Und mein Kommentar dazu war, dass es das Schlechteste, was passieren kann. Denn, kurz gesagt, der Zuschauerschaft ist das egal. Die Zuschauerschaft wird jetzt bei jedem Video, das zukünftig released wird, unabhängig vom Thema, automatisch der Redaktion nicht glauben. Und um das herauszufinden, ob das so ist, gucken wir jetzt, ich habe hier gerade das aktuelle Video. Das interessiert mich aber nicht. Das ist ein 114-Protest-Tage- und ein Urteil ohne Gewinner. Der Staat gegen Arufad Abou-Chaka. Vollkommen irrelevant eigentlich, ne? So, Thema egal. Was mich interessiert, sind die Kommentare. Denn hier wird jetzt drinstehen, was die Leute davon halten. Wie sie dieses Video bewerten. Und von 2.511 Kommentaren, I don't know. Ich kann die Dislikes nicht sehen, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie dieses Video performt. Mich interessiert an dieser Stelle nur erstmal der Kommentarbereich. Seid ihr ready? Gut. Wir gucken mal, wie die Stimmung so ist. Öffentliche Kommunikation der Aufarbeitung kann nicht euer Ernst sein. Lächerlich schwach. Für 17 Seiten Text mit Inhalt. Wir waren müde. Fehler passieren. Steuerung F. Arbeite laut Abschlussbericht beobachten letzten Monate. Blah, Sorgfaltspflicht, blah. Keine Aufarbeitung, kein Vertrauen. Es hätte personelle Konsequenzen gezogen werden müssen. Euer Statement war schwach. Offen gesagt, bislang eher zurückhaltend nach dem ganzen Drama. Riese wollte abwarten, was ihr daraus macht. Immerhin hattet ihr auch Aufarbeitung und Transparenz angekündigt. Dass ihr jetzt nach zig Monaten einfach weitergemacht, wie bisher, ohne irgendwelche Konsequenzen zu ziehen, überhaupt ein Video-Statement zu veröffentlichen, ist der denkbar schlechteste Weg, den ihr hättet gehen können. Steuerung F löscht Kommentare, die nicht mit dem Inhalt des Videos zu tun haben. Hm, sagt eine Menge zur Selbstreflexion aus. Eure Copy und Paste Antwort auf die meisten gestellten Fragen macht mich ratlos. Eine halbjährliche Aufarbeitung ist sehr verwirrend. Ihr gebt alles zu, was bewiesen wurde, aber weigert euch zu prüfen, wo eure Arbeitsweise noch alles zu Falschaussagen geführt hat. Eure Hauptänderung ist, dass ihr euch in Zukunft mehr Zeit pro Video nehmen wollt. Das Problem ist aber nicht der Zeitmangel gewesen. Ihr habt selbst zugegeben, dass ihr den Videos voreingenommen wart und Aussagen nicht gemacht habt, von denen ihr wusstet, dass sie falsch waren. Wo Statement, wo Transparenz. Ich hätte euch gerne eine zweite Chance gegeben, aber wurde bitter enttäuscht. Sich nach fünf Monaten hinter einem Community-Post zu verstecken, ist alles aber keine transparente Aufarbeitung. Liebes Steuerung F-Team, ich hätte euer Statement nie erfahren, hätte Alex, Sascha und Co. kein Video drüber gemacht. Es erweckt den Abschein, als hättet ihr lange Zeit der Aufarbeitung nicht als Chance verstanden. Video Vorstelle. Videoaufarbeitung. Metal-Doku. Aufarbeitung der Aufarbeitung. Aufarbeitung der zig Skandale bei Y-Kollektiv. Bitte erst die Aufarbeitung, dann die Doku hochladen. Am Ende bleibt, Funk trennt sich nicht von Steuerung F. Ihr habt euch nach fünf Monaten Zeit gelassen und angekündigt, dass jeder Stein umdrehen wollt und jegliche Kritik kleinteilig und intensiv aufarbeiten wollt. Fazit. Niemand ist schuld, dass nur der Termindruck und der Verkettung von unglücklichen Ereignissen. Ich schmeiß mich weg. Das erste Video nach der Winterpause heißt doch tatsächlich 111 Prozestage. Es sollte eher heißen, ein halbes Jahr Aufarbeitung mit einem nichtssagenden Abschlussbericht. Ihr habt euch in einem arktischen Winterpause fleißig Video vorproduziert? Kleine Frage, wie ernst gemeint war da euer Vorhaben mit intensiver, lückenloser, transparenter Aufarbeitung? Ne, 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 nach sechs Monaten langer Aufarbeitung, extrem schwaches Fazit. Wir fordern eine anständige Aufarbeitung. WTF-Steuerung F, ihr habt nix aufgearbeitet. Boah Leute, das grenzt schon an Selbstsabotage. Gute alte Abschlussbericht. Wenn ihr wirklich denkt, dass dieser Kanal nach der Aufarbeitung noch zu retten ist, dann seid ihr realizzitsfremd. Wie ihr hier auf kritische Kommentare reagiert, besteht nur, dass ihr gar nichts gelernt habt. Man versucht direkt nach dem Statement Werte zu machen, absolut lächerlich. Warum hat man sich gegen ein Video zur Aufarbeitung entschieden? Mit einem Community-Post ist nichts getan. Wie geht es dabei? Ich scroll mal ein bisschen. Ich würde trotzdem noch ein Video-Statement wünschen. Mein Abo ist weg mit Vertrauen zu euch. Framing zu betreiben und zu lügen und dann nicht manns genug sein, vor der Kamera zu stehen. Wenn ich sowas bei meinem Arbeitgeber machen würde, wäre ich mein Job los. Ich glaube es nicht. Mein sachlicher Kommentar wird verborgen, weil es nicht zu diesem Film passt. Ohne eine richtige Aufarbeitung. Ich scroll mal weiter. So, habt ihr mal recherchiert, wo euer Statement bleibt? Wenn man sich den Ton anhört, ohne zu wissen, um welches Thema es gibt, Medien war schockiert über schwerwiegende Vorwürfe und sich dann nicht erinnern konnten, was sie gesagt haben, redet ihr von euch selbst. Ich hoffe nach der Summe an Kommentaren wird euch hier verstanden, dass das Vertrauen in euer Format unwiederbrücklich verloren ist. Dass die es überhaupt noch wagen, weiterzumachen. Nach eurem Statement ist mir egal, was ihr noch rausbringt. Ist eine interne Aufarbeitung eigentlich keine Unifor... Okay, wir gucken weiter. Vertrauen ist verspielt. Man hätte Anfang dieses neuen Films sagen können, dass man kein Statement-Video veröffentlichen wird. Hab keine Lust, jedes einzelne Zeile eures Videos auf Lug und Betrug zu prüfen. Deshalb bin ich raus. Das Statement war schwach. Warum bin ich hier gegen ein Video zur Aufarbeitung entschieden? Sollte der größte Teil der Community nicht auf Ergebnisse aufmerksam gemacht werden? Kommentare haben mehr Popcorn-Potenzial als das Video selbst. Ihr habt da jetzt wirklich eure Aufarbeitung im Community-Tab versteckt, oder? Es gibt dann wenigstens eine Auf... Ja. Egal wie gut oder schlecht dieses Video sein mag, ihr habt euch euer Verhalten, dieses nichtssagende PDF-Dokument, so wie eure tolle Antworten in den Kommentaren jegliches Vertrauen verspielt. Traurig, einfach nur traurig, was im öffentlich-rechtlichen Rundfunk wurde. Mein Abo ist erstmal weg, kann es nur jedem empfehlen, es so zu machen. Es ist unglaublich, dass keine konsequente Aufarbeitung nach dem... Ihr merkt das, oder? Jeder Kommentar unter dem neuesten STRG-F-Video, und ich maße mir an, einfach zu sagen, jeder beziehungsweise 99 Prozent, bezieht sich auf die Unglaubwürdigkeit und die fehlende Aufarbeitung der Probleme. Denn die Leute sind nicht dumm. Zumindest was das angeht, nicht so dumm. Das hier ist einfach nur... Das wird sich in den nächsten Videos... Das ist einfach jetzt in jedem Video so. Jedes Thema, das von STRG-F angefasst wird, wird sich in jedem Zusammenhang immer mit diesem maßgeblichen Thema auseinandersetzen. Nämlich, dass den Leuten nicht geglaubt wird, dass es egal ist, was sie in dem Video sagen, und dass sie den nicht glauben. Und wer hat es gesagt? Jeder hätte es gesagt, der bei klarem Verstand ist. Dass es hierbei keine anderen Konsequenzen gab, als das, was wir hier... also das, was wir hier gesehen haben, ist... Ja. Das ist bitter. Das ist sehr, sehr bitter. Ich versuche nochmal auf ein Kernproblem aufmerksam zu machen, das hier extrem wichtig ist. Das große, große Ding hier, was wirklich eine Katastrophe ist. Bei einem Thema wie beispielsweise Arafat Abou-Chaka, wo keiner einen Fick drauf gibt, ist das ja eine Sache. Aber sobald STRG-F ein Thema anfasst, das mit Diskriminierung zu tun hat und tatsächlich mit Fällen von Gesellschaftskritik, die relevant sind, wird das Thema automatisch mit dem Ruf der Produktion, die es abbildet, verbunden. Das heißt, jeder, der bei STRG-F irgendwas sagt, und es kann zu 100% die Wahrheit sein, dem wird kein Glauben geschenkt, weil es auf STRG-F abgebildet wird und unter Umständen in Zweifel gezogen, weil die ja da lügen. Das Image ist vollkommen... das ist irreparabel. Das ist meiner Ansicht nach irreparabel und muss sofort beendet werden. Denn damit tun sie sich nur selber... also dass sie sich selber kein Gefallen tun, das ist mir ja vollkommen egal. Also wirklich, das ist mir vollkommen egal. Die können sich da hinsetzen und können den ganzen Tag irgendwelche beschützenden Gossip-Videos machen. Von mir aus können sie den Prozess von anderen Leuten begleiten, wie Arab Farad Abou Chaka. Das ist komplett egal. Das Problem wird nur, sobald sie gesellschaftskritische, delikate Themen betreffen. Und dann überträgt sich das auf dieses Format. Und andersrum. Und das darf nicht passieren. Bitte, 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 bitte. Holy shit, stellt sofort dieses Format ein. Steuerung F darf in keinem Fall, auch nur in irgendeiner Form, jemals wieder ein gesellschaftskritisches Video anfassen, das von dem Ruf von Steuerung F berührt wird. Denn das kann... den kann man einfach nicht glauben. Und damit wird das Thema automatisch unglaubwürdig. Wenn wir über Diskriminierung von Muslima sprechen und Steuerung F macht eine Doku dazu, unglaubwürdig. Wenn wir vom Femizid sprechen, in Ländern Deutschland und anderen europäischen Ländern, Steuerung F macht ein Video drüber, unglaubwürdig. Das darf nicht passieren. Die sollen das einstreichen, die sollen sich neu aufstellen und die sollen sich auf einem anderen Format ein anderes Format machen. Die sollen das anders nennen, neuer YouTube-Kanal, hey, wir haben es verstanden, sorry, wir haben verkackt, wir machen es das nächste Mal besser. Und wir werden am Ball bleiben und die nächsten YouTube-Videos von Steuerung F angucken, um zu überprüfen, ob sich das hier bewahrheitet, was ich gerade gesagt habe. Ich sage jetzt, ich glaube, es wird sich bewahrheiten, weil das ist jetzt mehr oder weniger so ein... das ist so eine selbstentzündende Flüssigkeit, die durchs Internet fließt und das ist einfach... Ja gut, halt schwierig, aber das ist... I don't know. Also, wie kann man dann vollendst eingestehene Aufarbeitung veröffentlichen und dann das Format weiterlaufen lassen? Das ist Wasser auf die Mühlen von Schwurbeln und rechten Idioten. Das ist es, das ist es tatsächlich. Ich stimme dir zu. Das gerade Verhängnisvolle an der Tatsache, wenn man darüber nachdenkt, die haben die Videos vorproduziert. Also, die haben die Videos vorproduziert einfach. Die haben während der Aufarbeitung Videos gemacht, ohne dass die Aufarbeitung festgestellt hat, was irgendwie ist. Das bedeutet, das Video, was wir heute gesehen haben, wurde in einer Zeit gedreht, in der logischerweise noch gar nicht klar war, wo die Fehler liegen oder was irgendwie besser gemacht werden muss. Und das halte ich doch für sehr kontraproduktiv. Damage beyond repair. Das ist halt ein Totalschaden, ne? Das ist halt leider ein Totalschaden. Kommst du in meinen Stream, dann geh ich ehrenlos auf Mutter. Danke Micky an der Stelle, ich geh ehrenlos auf Mutter.